So, moin moin meine Freunde, schon ein bisschen spät, aber ich dachte mir, gehen wir mal rein in die Olga. Hab dich jemals nicht rauch eingeschätzt, war ich auch, war ich auch, ich bin stressbedingter Raucher. Aber ich hab mir fest vorgenommen, auch wieder aufzuhören, definitiv. So, ich wollte mal mit euch über was reden, warte mal, guck mal, ich hab das vorhin im Dings geteilt, ähm, bei Instagram, passt mal auf, ich hab das vorhin gesehen und ich dachte, ich lese nicht richtig, Alter. Ulm, das ist alles andere als ein Urteil im Namen des Volkes. Ein Mann, 45, ist vor dem Landgericht Ulm wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in mehr als 100 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Das Gericht sah es bei einer Urteilsverkündung am Freitag als erwiesen an, dass sich der Angeklagte in 129 Fällen des sexuellen Missbrauchs von Kindern schuldig gemacht hatte, in zwei Fällen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Der Mann hatte die Taten in den Jahren 1996 bis 2005 vor Gericht teilweise eingestanden. In seiner Wohnung in Ulm hatte er seine Halbschwester und vier weitere Mädchen nach Überzeugung des Gerichts wiederholt sexuellen Missbrauchten. Die Mädchen waren zum Zeitpunkt der Taten zwischen 6 und 13 Jahre alt. Der Angeklagte 20 bis 29 Jahre. Ey, was ist da nicht okay? Ich habe damals wegen bisschen Grasticken, habe ich ein Jahr, sechs Monate auf drei Jahre Bewährung bekommen. Und der Typ missbraucht im dreistelligen Bereich Kinder jetzt nochmal hier fünf Mädchen im Alter von 6 bis 13 Jahre alt und kriegt die gleiche Strafe wie ich fürs Grasticken? Was ist das für ein Richter bitte? Ist der Richter vielleicht selber pädophil? So, und dann fangen Leute noch ernsthaft an, irgendwie die Grünen zu wählen oder so. Es gehen Leute, danke David, man bekommt für Schwarzwaren einfach mehr. Es gehen Leute für Schwarzwaren in Knast, Alter. Und so jemand sieht nicht mal ein Gefängnis von innen. Der kriegt einfach Bewährung. Was ist da los? Was ist da los? Ich habe das gesehen. Der Bruder David hier im Chat, der hatte mir das gepostet. Der hat das bei uns im Discord gepostet. Und ich dachte mir, Alter, darüber muss man einfach reden. Das muss man einfach den Leuten zeigen. Und ich hoffe, die richtigen Leute sehen das. Und ich hoffe, die richtigen Leute engagieren sich dafür, dass sich sowas nicht wiederholt und dass man da noch irgendwie irgendwas drehen kann, Alter. Ich hoffe, jemand wie ein Belasch oder jemand wie ein Carsten Stahl sehen das. Die haben das bestimmt mitgekriegt. Und können da irgendwie mit ihrer Reichweite was bewegen. Weil das ist doch das allerletzte, Alter. Hast du den Beitrag aus Russland gesehen, wo ein Mann den besten Freund umgebracht hat, nachdem er erfahren hat, dass er seine Tochter missbraucht hat? Äh, nee. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Kann sein, dass ich das gehört habe oder so. Aber ich finde das hier einfach zu krass, Mann. 129 Fälle des sexuellen Missbrauchs. Und dann kriegt der Typ Bewährung. Alter, das sind einfach 129. Das sind ja nicht nur 129 Menschenleben, ne? Die er da kaputt gemacht hat, die er traumatisiert hat. Das geht ja weiter mit der gesamten Familie. Stellt euch vor, eins davon wäre euer Kind, euer Cousin, euer Bruder, eure Schwester. Und dann kriegt ihr mit, dass der Typ Bewährung kriegt, Alter. Also, wie kann, wie kann ein Richter, wie kann ein Richter so urteilen? Und wie kann ein Richter, nachdem er so geurteilt hat, irgendwie draußen sich frei bewegen und frei rumlaufen? Also, wenn eins der 129 Opfer mit mir irgendwie verwandt wäre, dann bräuchte der Richter danach auf jeden Fall Personenschutz. Mehr kassiert für Beleidigungen gegen Polizisten inklusive Ortung, Urhaft und so weiter. Weil der Richter denkt, dass er psychisch krank ist. Ja, aber das ist doch kein Freifahrtsstein. Wenn der Typ psychisch krank ist, dann gehört er doch erst recht weggesperrt. Sorry, aber auch wenn jemand krank ist, also es geht doch hier immer um das Allgemeinwohl, oder nicht? Und wenn jemand so einen an der Waffel hat, dass er sich ständig immer wieder an Kindern vergeht und sich nicht im Griff hat, dann muss man den wegsperren. Ehrlich? Im größten Kinderscheinerskandal Dutrooks Belgien sind 27 Zeugen unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Das weiß man, das weiß man bescheuert. Ja, ja, ich kenne das. Ich habe mir die Doku damals auch mal reingezogen, dass die ganzen Zeugen umgebracht worden sind und so, weil sich das da in elitären Kreisen bewegt hat, diese ganze Kinderschänder-Geschichte. Da waren ja irgendwie Politiker und weiß ich nicht was involviert und irgendwelche reichen Säcke. Und da sind einfach die ganzen Zeugen umgebracht worden. Ich weiß nicht, was die haben, die müssen wirklich selbst Pedos sein. Das ist halt die Sache, also, keine Ahnung, Alter, dann sollen sie Volksentscheide bei solchen Sachen einführen. Also welcher, ich frage mich, Junge, du musst doch selber einen an der Waffel haben und Dreck am Stecken haben, wenn du gegen so einen Typen nur eine Bewährung aussprichst. Das kann doch nicht sein. Also, vor allen Dingen, warum wird solchen Richtern keinen Druck gemacht? Warum lese ich hier nicht den Namen des Richters? Ich würde gerne den Namen des Richters erfahren, der dieses Urteil gesprochen hat. Und ich finde, man sollte den Namen des Richters öffentlich machen, der dieses Urteil gesprochen hat. Und dann sollte man sich vielleicht andere Urteile anschauen, die dieser Richter gesprochen hat. Und dann sollte man mal gucken, ob der Typ überhaupt noch als Richter arbeiten sollte. Ey, Leute, guck mal, auch mal ein kleiner Real Talk an dieser Stelle. Leute wollen die Grünen wählen, weil ihnen die Klimaschutzpolitik am Herzen liegt. Deswegen wollen Leute die Grünen wählen. Und die wissen aber nicht, oder vielleicht wissen sie es und ignorieren es, dass gerade bei den Grünen lauter komische Anträge gestellt werden für Sex mit Kindern. Ja, dass sowas erlaubt werden sollte und dass sie das Alter runtersetzen wollen und keine Ahnung was. Und dann wählen die Leute, die Grünen, wegen Klimaschutz, weil sie sagen, wir wollen für unsere Kinder auch noch, dass die in einer schönen Welt leben können. Also allein die Illusion, dass die Leute glauben, wenn sie die Grünen wählen, könnten sie das Weltklima verändern, ist schon so bescheuert. Ich habe das letztens, wer war das? Guck mal, ich mag den nicht, ne? Aber ich glaube, ich habe das bei Nuhr gesehen, ne? Dieter Nuhr. Vielleicht kennt ihr den, war früher Stand-up-Komödiein. Der hat gesagt, ey, wie gesagt, ich kann den Typ nicht leiden. Aber da hat er eine gute Sache gesagt und zwar, anstatt die Politiker wie die Grünen irgendwelche Fantasien davon schwafeln, dass sie das Klima retten wollen und dass sie das Klimaziel von anderthalb Grad oder zwei Grad oder was weiß ich was, dass sie das da schaffen wollen, dass das nicht dazu kommt, sollten die Leute mal lieber darüber reden, welche Maßnahmen die treffen wollen, dass wir mit einer Klimaerwärmung leben können, ja? Ich weiß nicht, wie bekloppt man sein muss, um ernsthaft zu glauben, Deutschland kann das Weltklima beeinflussen. Alter, wenn die ganzen Asiaten, die Inder, die Chinesen, die Japaner und so weiter und Amerika, die den meisten CO2-Ausstoß haben, wenn die da nicht mitmachen, da ist, das ist wie, das ist wie, äh, ein Furz in Wind, Alter. Da kannst du, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, ob da Deutschland, äh, irgendwie mitzieht oder nicht. Deutschland alleine wird bestimmt nicht das Klima retten, ja? Und dann kommen die mit, äh, Tempo 100 überall oder Tempo 80, Alter, wegen dem Klima und wollen die Spritpreise erhöhen und, 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 ey. Und sowas haben wir demnächst in der Regierung sitzen. Das ist einfach drauf geschissen. Ganz Deutschland könnte SUVs fahren, Alter, und dann könnten sie die von heute auf morgen abschaffen. Unser CO2-Ausstoß wäre trotzdem sowas von irrelevant, im Gegensatz zu dem, was auch der Rest, in der Rest der Welt passiert. Mann, 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 ey. In ganz Europa ist 130, außer in Deutschland. Ist doch scheißegal. Ist doch mal schön, dass in Deutschland was besser ist als woanders. Warum müssen wir dann, warum müssen wir dann Tempo 100 einführen oder Tempo 80, wenn es nach den Grünen geht? Du kannst dich sehr gut artikulieren. Dankeschön. Und doch, die Klimaleute gehen auf die Straße, haben schon Stau gemacht in Düsseldorf am Freitag. Jo, genau, dann sehe ich das, wie irgendwelche komischen Aktivisten da auf die Straße gehen und die Autobahn blockieren und die ganzen Leute zu spät zur Arbeit kommen. Was ein Bluff, was ein Bullshit auch. Damit wurde wieder niemandem geholfen und die sagen, oh, wir haben hier echt was bewegt. Weißt du? Die sind so dämlich. Die sind so dämlich. Die sollen sich doch mal bitte die Zahlen angucken. Warte mal, ich will mal gucken, ob ich das eben bei Google kriege. Deutschland, CO2, Ausstoß, Ausstoß CO2 der Länder. Gucken wir uns das doch mal an hier. Rangliste weltweiten CO2-Emittenten-Ranking. Okay, also wir haben China. Der globale Anteil von China beträgt also 30%. 30% des weltweiten CO2-Ausstoßes ist einfach China. USA weniger als die Hälfte von China. Danach kommt Indien, dann kommt Russland, dann kommt Japan. Und Deutschland ist mit 2% dabei. Ja, also das ist einfach, das ist einfach ein Witz, Alter. Also ob wir was ändern oder nicht ändern, also komplett können wir es ja nicht ändern, ne? Und wie viel können wir das dann zurückschrauben, wenn diese Änderungen in Kraft treten? 0,5% vielleicht? Dann wären wir schon krass dabei, ne? Dann wären wir auf 1,5% runter. Ja, nee, damit hätten wir effektiv mit dieser ganzen Einschränkung, mit dieser ganzen Politik-Scheiße von den Grünen, hätten wir dann effektiv 0,5% zum Weltklima beigetragen. Wenn die Oberen hier aber nicht mitmachen, ist es einfach scheißegal, was wir machen. Wenn die hier nicht mitmachen, ist es einfach scheißegal, was wir machen. Und das muss man den Leuten einfach mal begreiflich machen, Alter. Ernsthaft. Gibt es auch noch, das muss ich mal kurz gucken, Deutschland, CO2-Ausstoß, Autos? Da müsste ich wahrscheinlich jetzt länger suchen. Aber ich wette, das, was wir da an Autos da nochmal haben, das ist nochmal was ganz anderes. Untertitelung im Auftrag des ZDF,